Der Online-Händler ZaiTronics bietet Starter für Leuchtstoffröhren bis 65 Watt an. Sie können in den Shops oder bei Ebay zwei oder sechs Starter für Leuchtstofflampen erwerben. Die dort angebotenen Starter werden in der Regel versandkostenfrei per Warensendung mit der deutschen Post verschickt. Gegen einen geringen Aufpreis kann die Ware weltweit verschickt werden.